Hallo und herzlich willkommen bei Aktienballis und damit auch willkommen bei einer neuen Aktien-Show. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um Paypal, die ja ziemlich abgestraft wurden, schon eigentlich abgestürzt sind, dann um Alphabet, um natürlich auch noch AMD, die ebenfalls Quartalszahlen vorgestellt haben. Es geht aber auch um Amazon, Apple, Sony und noch ein paar andere Unternehmen. Und ich würde sagen, weil ich es gerade schon so erwähnt habe, wir fangen jetzt direkt einmal an mit Sony. Die haben nämlich heute die Gewinnprognose fürs laufende Jahr angehoben. Und das laufende Jahr endet bei Sony am 31.03., das heißt, also wir sind jetzt quasi im letzten Quartal. Sie haben das Ganze angehoben und das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite hat man natürlich eine schleppende Produktion mit der PlayStation 5, das heißt also dort haben wir einfach einen Chipmangel. Das belastet das Ganze ein bisschen, das wusste man aber schon vorher. Auf der anderen Seite läuft das Filmgeschäft sehr gut. Außerdem begünstigt aktuell der Umrechnungswert des Yen gegenüber des Dollars einfach schlichtweg das Geschäft. Man erwartet bis zum Ende des Jahres, also des Geschäftsjahres, bis zum 31.03. ein Gewinn von rund 6,6 Milliarden Euro umgerechnet. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Alphabet. Die sind nämlich ziemlich stark angestiegen, muss man einfach sagen. Die haben sehr, sehr stark profitiert. Vor allen Dingen vom Werbegeschäft. Der Rest läuft auch noch nicht so gut, aber das war erwartet. Also das Werbegeschäft macht nicht nur den Hauptumsatz, sondern auch den Gewinn aus. Denn die anderen Bereiche bringen Minus, beziehungsweise halt operativen Verlust, wie zum Beispiel das Cloud-Geschäft, aber natürlich auch das Geschäft der selbstfahrenden Autos und so weiter und so fort. Das heißt also, das Werbegeschäft läuft sehr gut. Und da ist man auch weit über den Erwartungen der Analysten gewesen. Mit einem Umsatz von 75,3 Milliarden US-Dollar gegenüber den Analystenschätzungen mit 72 Milliarden US-Dollar. Und auch der Gewinn konnte mit 20,6 Milliarden US-Dollar ziemlich stark überzeugen. Außerdem wird auch noch ein Aktiensplit durchgeführt und zwar ein Aktiensplit von 1 zu 20. Das könnte die Aktie nochmal ein bisschen attraktiver machen. Wobei man natürlich sagen muss, mittlerweile welcher Broker bietet keinen Sparplan an. Nichtsdestotrotz ist es rein vom Äußerlichen einfach so, dass die Aktie ein bisschen günstiger aussieht, dass sie dadurch vielleicht attraktiver wird und sich die Leute das Ganze vielleicht nicht mal nur über den Sparplan, sondern auch einfach mal so ins Depot stecken, gerade für alle. Für die jetzt eine Einzelpositionierung von über 2.000 US-Dollar einfach schlichtweg zu viel wäre im Depot, wenn man vielleicht zu großen Anteil hat oder das Geld nicht hat, was auch immer, letztendlich relativ wurscht. Für die könnte das Ganze jetzt dadurch natürlich um einiges interessanter werden. Kommen wir jetzt also nochmal ganz kurz zu den Details. YouTube zum Beispiel hat mit 8,6 Milliarden US-Dollar rund 25% mehr erlöst als noch im Vorjahreszeitraum. Und auch die Anzeigen in der Google-Suche oder in der Google-Suchmaschine sind ziemlich stark angestiegen. Und zwar um etwas mehr als 35% auf 43,3 Milliarden US-Dollar. Insgesamt konnten die Anzeigeerlöse von 46,2 auf rund 61,2 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Und damit kommen wir zum zweiten Gewinner und zwar zu AMD. Die waren nämlich auch sehr positiv oder sind an der Börse auch sehr positiv angekommen. Ganz einfach deswegen, weil die ebenfalls sehr starke Zahlen vorgestellt haben. Gerade wenn man sich jetzt den Umsatz anguckt, aber auch den Ausblick, ist das Ganze top 49% mehr Umsatz als noch im Vorjahreszeitraum konnte man erreichen. Was rund 4,8 Milliarden US-Dollar entspricht, erwartet wurden dort übrigens nur in Anführungszeichen 4,5 Milliarden US-Dollar. Und auch wenn wir uns die Aussichten angucken, sieht das Ganze sehr, sehr ordentlich aus. Denn man erwartet im laufenden Quartal, also in dem wir gerade sind, offensichtlich knappe 5 Milliarden US-Dollar an Umsatz. Wenn wir uns den Gewinn angucken, dann sieht das Ganze auch eigentlich sehr solide aus, vor allen Dingen von den Erwartungen her. Wenn man das Ganze jetzt erstmal so aufbröckelt, dann klingt das Ganze nicht so toll. Man hat 974 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht im abgelaufenen Quartal. Und wenn wir uns das Ganze im Vorjahreszeitraum angucken, sieht das halt relativ schlecht aus. Dort waren es nämlich noch 1,78 Milliarden US-Dollar. Aber man muss dazu sagen, dass es dort tatsächlich eine Steuergutschrift von 1,3 Milliarden US-Dollar gab. Das heißt also, wenn man das Ganze bereinigt sieht, dann ist das nicht so schlecht, beziehungsweise dann ist das eigentlich sehr, sehr gut. Auch in den kommenden Jahren stellt man sich sehr, sehr viel vor. Denn es ist einfach so, dass man weiter natürlich einen Chipmangel hat. Davon kann man auch profitieren letztendlich. Auch wenn es nicht immer unbedingt eine einfache Situation, auch nicht für die Hersteller selber ist. Aber man kann dadurch auch durch bessere Margen und so weiter doch ganz gut profitieren. Außerdem erwartet man oder versucht man natürlich im Bereich der PCs, gerade vielleicht auch in den höherpreisigen PCs, mit dem Markt etwas mitzugehen. Und dort einfach mehr Marktdominanz zu bekommen, beziehungsweise mehr Marktmacht und einfach größere Anteile zu haben. Also auch hier sehen wir sehr, sehr positive Sachen, sehr, sehr positive Aussagen und Zahlen. Aufgrund der hohen Umsatzprognosen von AMD sind aber zum Beispiel auch andere Werte gestiegen. Das habt ihr eventuell auch mitbekommen. Zum Beispiel sowas wie Ixtron oder auch Infineon, die sind dort ziemlich stark angestiegen. Nicht ganz einfach da dran, weil jetzt ein bisschen die gesamte Markterwartung etwas höher geworden ist, dass man jetzt auch einfach davon ausgeht, wenn es bei denen gut läuft, dann könnte es bei den anderen auch gut laufen. Deswegen sind die tatsächlich etwas angestiegen. Heißt also, wenn ihr das seht und euch wundert, dass jetzt nichts irgendwie fundamental ganz tolles, sondern letztendlich ist es so, dass die Marktaussichten generell oder diese Branchenaussicht jetzt damit etwas angestiegen ist und man dadurch jetzt einfach erwartet, dass Infineon und so weiter auch performt, da muss man natürlich jetzt auch sagen, dann werden sie auch performen müssen. Ansonsten kann das Ganze wieder relativ übel aussehen. Da kommen wir jetzt aber mal zu PayPal und die haben natürlich gerade ziemlich zu knabbern und das liegt an viel. Punkt eins ist es natürlich so, dass der Einzelhandel wieder etwas öffnet. Das heißt also, dort wird jetzt nicht mehr so viel mit PayPal gezahlt, sondern vielleicht mit Apple Pay, mit Visa, Mastercard und so weiter und so fort. Und außerdem sind die Konkurrenten auch nicht am Schlafen und das sehen wir auch ganz gut. Kommen wir jetzt also erstmal ganz kurz zu den Zahlen, bevor wir zu weiterem kommen. Der Umsatz legte um knapp 13% auf 6,9 Milliarden US-Dollar zu, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber jetzt auch nicht so wirklich gut. Außerdem konnte der Gewinn die Aktie auch nicht so richtig überzeugen. 1,12 Dollar wurde erwartet, 1,11 Dollar sind es geworden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal einfach rein angucken, jetzt mal unabhängig quasi von einer Aktie, also das Gesamte gerechnet, dann können wir sehen, dass der Gewinn um 49% auf 801 Millionen US-Dollar gefallen ist. Und auch das Gesamtjahr war in Ordnung. 4 US-Dollar, 60 wurden insgesamt Gewinn die Aktie erwartet. Das hat man auch tatsächlich geschafft. Vom Umsatz her war man sogar etwas über den Erwartungen. 25,4 Milliarden US-Dollar konnte man erreichen. 25,34 Milliarden US-Dollar wurden tatsächlich von den Analysten erwartet. Also es ist jetzt auch nicht schlecht, aber die Zukunftsaussichten werden auch immer schwerer. Da komme ich jetzt nochmal zu. Natürlich einmal durch die Trennung mit Ebay. Dort geht das Ganze jetzt etwas andere Wege. Außerdem wird es immer leichter. Zum Beispiel Klana holt immer weiter auf. Damit kann man natürlich auch sehr, sehr gut zahlen. Da muss PayPal sich natürlich auch irgendwo wappnen noch gegen. Und da sind sie selbstverständlich auch dabei, dagegen anzugehen. Aber letztendlich ist es so, dass sie so ein bisschen an dieser Marktdominanz verlieren. Auch zum Beispiel in Umfeldern. Bei mir persönlich jetzt ist es so, dass viele immer mit PayPal gezahlt haben. Und dass das Ganze jetzt auch so ein bisschen gewechselt ist. Viele zahlen mittlerweile mit Klana oder halt mit Apple Pay, mit Kreditkarten und so weiter und so fort. Und deswegen, ich persönlich muss halt sagen, ich merke es auch, dass immer weniger bei mir zumindest mit PayPal gezahlt wird. Das heißt natürlich nicht, dass es weltweit so ist, wenn es jetzt zum Beispiel nur bei mir ist. Oder nur in Deutschland ist es relativ egal, wenn man natürlich woanders um einiges stärker wird. Aber was man so mitbekommt, ist das Ganze etwas weniger geworden. Auch das heißt natürlich nicht, dass die Aktie jetzt deswegen abstürzt oder noch weiter abstürzt. Letztendlich ist es so, PayPal hat sich oft in den letzten Jahren bewiesen. Und das ist auch unter anderem eine Expertenmeinung schon. Oder es gibt da viele Meinungen natürlich. Aber das hat man jetzt auch immer wieder schon direkt nach den Zahlen gehört. Letztendlich ist es so, dass man von PayPal erwartet, dass sie sich auch weiterhin durchsetzen können. Dass sie gute Neuerungen bekommen und damit dann wieder die Marktdominanz etwas, ja ich sag mal, aufbessern können. Kommen wir mal zu Amazon. Die möchten klimaneutral ausliefern. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Da sprechen wir jetzt nicht von ein, zwei Jahren. Bis 2030 ungefähr die Hälfte. Bis 2040 möchte man das Ganze durchsetzen. Dafür ist man ja auch unter anderem in Rivian investiert. 20% der Anteil. Hat dort auch 100.000 Fahrzeuge schon oder Lieferwagen bestellt. Aber man merkt auch hier, es funktioniert einfach nicht. Man hat ein riesiges Wachstum natürlich und das muss auch irgendwie bedient werden. Und dementsprechend muss man jetzt auch wieder bei anderen Herstellern bestellen. Das heißt also, letztendlich ist es so, dass Rivian da nicht alleine ausreicht. Man hat ja zum Beispiel auch bei Stellantis bestellt. Auch bei Mahindra, das ist ein indischer Hersteller. Außerdem kennt ihr sicherlich bei Daimler, beziehungsweise der Mercedes-Benz Group mittlerweile, hat man ebenfalls Fahrzeuge bestellt. Das heißt also, man hat offensichtlich gemerkt, okay, man kommt durch diesen Boom, durch diesen Online-Boom, durch das eigene starke Wachstum eigentlich gar nicht hinterher, nur mit dem einen Hersteller und muss einfach doch breiter sich dort aufstellen. Kommen wir mal zu Apple und auch so ein bisschen zu Meta. Da spreche ich jetzt aber erstmal über Apple, denn letztendlich ist Meta so ein bisschen das Unternehmen, was nachzieht und das Ganze ähnlich gestaltet. Bei Apple ist es so, dass ab dem 15. Februar alle Mitarbeiter eine Booster-Impfung haben sollten oder müssen. Ansonsten müssen sie sich jeden Tag testen lassen, wenn sie ins Büro oder auch in den Store wollen. Das heißt also, man drängt den Ungeimpften da jetzt schon ziemlich was auf oder anders gesagt auch den Ungeboosterten. Und das wiederum heißt also, dass alle, die gerade schon geimpft sind, aber noch nicht geboostert sind, die Chance dazu gehabt hätten, dann Schnelltests machen müssen, jeden Tag. Das wird natürlich interessant, wie das Ganze aussieht. Letztes Mal kam es bei der Belegschaft eh schon nicht ganz so gut an. Mal sehen, wie das Ganze dieses Mal ist, ob es dort jetzt nochmal einen größeren Aufschrei gibt. Bei Meta sieht das Ganze ähnlich aus, aber zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Dort ist es der 28. März. Das heißt also, auch bei Meta wird es so aussehen, dass ab dem 28. März alle geboostert sein müssen. Ansonsten wird es dort jeden Tag einen Test geben. Oder es wird eher gesagt verlangt, dass die Mitarbeiter jeden Tag einen Test vorlegen. Ich würde sagen, das war es jetzt auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, Glocke drücken und natürlich auf unseren Zweitkanal vorbeigucken. Dort habe ich mir die Charts heute mal von Alphabet, aber natürlich auch von AMD und PayPal angeguckt. Könnt ihr also gerne mal reingucken und dann dort natürlich auch abonnieren. Wird uns auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.